Die geheime Welt, es gibt sie wirklich. Das ist ein wahrer König. Hast recht, Kumpel, es wird Zeit. Es weiß immer, wohin wir fahren. Verrückt, oder? Lucy! Emmett! Halt die Blätter fest, Franziska, denn jetzt retten wir Lucy. Wir gehen zurück durch dein Leben. Zurück zum Tag deiner Geburt. Zurück zu der Zeit vor diesem Körper. Lösen Sie diesen Fall in vier Tagen, oder ich töte die Königin. Unterschrieben Professor James Moriarty. Wir müssen einen Mörder fangen. Seht, wer wieder mitspielt.